Das Rewe-Interview mal kurz vor. Ihr wisst, wie das ist mit Fernsehen und so. Unser Spieler des Tages heute, die 35, Joel! Junge, Junge, du bist krank. Voll geiles Spiel heute. Wie hast du es gesehen? Ja, ich glaube, das war ein kampfbetontes Spiel. Ich glaube, wir haben super gefeitet, super gekämpft. Und mit den Fans hier im Rücken, ich glaube, 6.000 Zuschauer, hat super viel Spaß gemacht. Was war am Ende der Schlüssel gegen den BHC? Weil die sind ja auch echt immer unangenehm zum Spiel. Ich glaube, wir haben konzentriert gearbeitet bis zum Schluss. Gerade in der Abwehr viele Kampfbälle geholt. Und ja, ich glaube, deswegen auch mit der Halle im Rücken haben wir heute dann die zwei Punkte hier gehalten. Joel, wir sind alle sehr froh, dass du bei uns bist. Dass du jetzt schon bei uns bist. Unsere 35, Joel! Ich glaube, wir sind alle sehr froh, dass du bei uns bist.